Wir wollen nun berechnen, wie wir die Gasausbeute aus Substraten ermitteln können. Also Berechnung der Biogasausbeute. Dazu brauchen wir vier Schritte. Wir gehen aus vom Substrat. Wir müssen dann im ersten Schritt die organische Trockensubstanzmenge berechnen. Also Berechnung der organischen Trockensubstanz. Die haben wir ja im vorherigen Video schon kennengelernt, wie diese definiert ist. Also abgekürzt OTS oder manchmal auch OTM für Trockenmasse. Und zwar ist OTS gleich die Masse unserer Trockensubstanz, also ohne das Wasser, minus die Masse unserer Rohasche. Bekürzt mit RA. Das sind ja die nicht organischen oder die Teile, die wir dann nicht verwenden können und dividieren das durch die Masse unserer Trockensubstanz. Im zweiten Schritt berechnen wir dann die Gewichtsanteile der organischen Trockensubstanz. Also Berechnung der Gewichtsanteile. Das müssen wir dann nochmal aufteilen, weil die einzelnen Anteile, also die Proteine, die Fette, die Rohfasern und stickstofffreien Extraktstoffe unterschiedliche Verdaulichkeiten haben. Kommen wir jetzt gleich zu. Also der Gewichtsanteile an der organischen Trockensubstanz. Das sind die Anteile Rohprotein. Abgekürzt mit RP. Wir haben die Rohfette. Rf, das brauchen wir dann jetzt gleich. Nicht Rf, das kommt aus dem Englischen, also Rl. Wir haben die Rohfaser. Das ist dann Rf. Und wir haben die stickstofffreien Extraktstoffe. Freie Extraktstoffe. Abgekürzt mit NfE. Das N kommt halt von dem chemischen Element N. Und die Kohlenhydrate. Das ist die Summe der Rohfaser plus der stickstofffreien Extraktstoffe. Das ist dann die Berechnung der Kohlenhydratanteile. Im dritten Schritt berechnen wir dann die oder multiplizieren dies mit der Verdaulichkeit. Das heißt, wie gut können die Mikroorganismen die einzelnen Rohbestandteile an der organischen Trockensubstanz umwandeln in Gas. Also Multiplikation mit der Verdaulichkeit. Abgekürzt mit VQ. Und dann der vierte Schritt. Das ist dann die Berechnung der Gas- und Methanansbeute. Das heißt, wir wollen dann wissen, wie viel Biogas entsteht und wie viel Anteil an Methan haben wir denn bei der Gasausbeute oder bei der Gasentstehung. Das haben wir ja schon gesehen in den vorherigen Videos, dass auch ein gewisser Anteil an Kohlendioxid entsteht. Bei den Fetten haben wir einen Gasertrag von ungefähr 1000 bis 1250 Liter pro Kilogramm Fett. Und der Methangehalt, das sind ungefähr 70, also im Bereich 68 bis 73 Prozent. Das hängt natürlich auch ein bisschen von den Prozessparametern im Fermenter ab. Wir haben dann die Eiweiße oder Fette, äh Proteine, pardon, also Eiweiß oder Protein. Da ist der Gasertrag zwischen 600 und 700 Liter pro Kilogramm. Also die Liter beim Gas beziehen sich immer auf die Normbedingungen. Und wir haben einen Methangehalt von 70 bis 75 Prozent. Also aus Eiweißen haben wir dann den höchsten Methangehalt, bekommen aber nicht ganz so viel Biogas im Allgemeinen. Und dann haben wir noch die Kohlenhydrate. Da sind wir etwas höhere Werte im Vergleich zu den Proteinen. Da sind wir bei 700 bis 800 Kilogramm. Bei einem Methangehalt eigentlich von nur 50 bis 55 Prozent. Und mit diesen vier Rechenschritten können wir jetzt also ausgehend von einem Substrat berechnen, wie groß ist die Menge an Methan, die wir dann erhalten durch einen Fermentationsprozess. Das wollen wir jetzt mal exemplarisch machen an einem Beispiel. Und zwar, ich habe die Zahl hier schon mal vorbereitet, für Silomais. Das ist ja so das klassische Substrat, was wir verwenden, um Biogas zu erzeugen. Wir sehen also hier unsere ganzen Angaben mit den Abkürzungen, die wir jetzt gerade eingeführt haben. Also was haben wir, ich kann das mal hier so darstellen, dann sehen wir noch mal die Abkürzungen. Also Trockensubstanz 29 Prozent. Wir haben ein Rohasche oder die Rohasche von 53 Gramm pro Kilogramm. Und dann kommen jetzt unsere einzelnen Unterarten, also diese Gewichtsanteile an der organischen Trockensubstanz. Wir haben 92 Gramm pro Kilogramm Rohprotein mit einer Verdaulichkeit von 57 Prozent. Wir haben die Rohfette, das sind 42 Gramm pro Kilogramm bei einer höheren Verdaulichkeit von 82 Prozent. Rohfaser 185 Gramm pro Kilogramm bei einem Anteil von 63 Prozent Verdaulichkeit oder einem Faktor. Und dann die steckstofffreien Extraktstoffe 628 Gramm pro Kilogramm bei einer Verdaulichkeit von 78 Prozent. Jetzt wollen wir jetzt also unsere vier Schritte, die wir jetzt hier gerade aufgeschrieben haben, die wollen wir jetzt mal durchlaufen und berechnen, wie groß ist denn der Biogasertrag und der Methangehalt, wenn wir Silomais in einen Fermenter geben. Machen wir das schrittweise. Erster Schritt, Berechnung der organischen Trockensubstanz. Also von der Trockensubstanz ausgehend dann den organischen Teil. Kürzen wir das ruhig mal ab mit OTS. Was haben wir also nach der Rechenvorschrift sind wir also bei 1000 Gramm. Wir geben ein Kilogramm Substrat dazu, ziehen davon den Anteil der Rohasche ab. Das ist ja genau dieser Wert hier. Dieser Wert, der fließt jetzt hier ein. Und das teilen wir dann durch die 1000 Gramm und haben dann einen Anteil von 94,7 Prozent an der Trockensubstanz. Das heißt also, das ist das, was dann tatsächlich einen organischen Anteil hat. Jetzt müssen wir im zweiten Schritt mit diesem Wert weiterarbeiten und nun berechnen, wie groß sind die einzelnen Anteile an den Proteinen, an den Fasern, an den Fetten, also die Fette, die Fasern und die stiegstofffreien Extraktstoffe an unserer organischen Trockensubstanz sind. Das ist jetzt der organische Anteil. Dann machen wir auch das, also das Rohprotein. Das ist ja RP, schau das mal auf mit den Abkürzungen. Wir haben gesagt, das sind 92 Gramm pro Kilogramm. Das dividieren wir nun durch 0,947, also unseren Anteil und erhalten damit dann 97 Gramm pro Kilogramm organische Trockensubstanz. Das sind also dann 9,7 Prozent der organischen Trockensubstanz. Das heißt jetzt, also das haben wir hier berechnet, wir haben das jetzt wieder normiert auf 1 Kilogramm. Wir fangen mit einem Kilogramm Substrat an, also trockene Trockenmasse und haben dann hier raus den organischen Anteil bestimmt. Jetzt müssen wir das natürlich wieder normieren auf 1 Kilogramm. Lass uns jetzt gucken, wie groß ist der Anteil. Wenn ich jetzt 1 Kilogramm organische Trockensubstanz von unserem Silomais habe, dann sind das halt 9,7 Prozent. Entsprechendes erhalten wir jetzt also für das Rohfett, abgekürzt mit L, wie wir gesehen haben. Das sind diese 42 Gramm pro Kilogramm. Auch das teilen wir durch unseren Anteil und erhalten 44 Gramm pro Kilogramm OTS oder entsprechend einen Anteil von 4,4 Prozent. Dann brauchen wir noch die Rohfaser. Abgekürzt RF, da sind wir bei 185 Gramm pro Kilogramm. Wir teilen das ebenfalls durch unseren Korrekturfaktor und haben dann 196 Gramm pro Kilogramm organische Trockensubstanz oder 19,6 Prozent. Und schließe ich dann unsere stiegstofffreien Extraktstoffe, NFE. Das hat den größten Anteil beim Silomais. Das dividieren wir auch durch unseren Faktor und erhalten dann 663 Gramm pro Kilogramm OTS. Also 66,3 Prozent. Das heißt, wir haben nun bestimmt, wie die Gewichtsanteile sind. Jetzt müssen wir wissen, diese Teile, diese Anteile werden nun verdaut von unseren Mikroorganismen in diesem vierstufigen Fermentationsprozess, den wir uns in dem vorherigen Video schon angesehen haben. Das heißt, wir müssen jetzt diese Faktoren multiplizieren jeweils mit diesen Verdaulichkeitsanteilen. Also das Rohprotein kann zu 57 Prozent verdaut werden. Die übrigen 43 Prozent bleiben unverdauliches Rohprotein. Die werden dann abgeschieden über den Rheuma in unserem Fermenter. Berechnen wir das nun. Also die Verdaulichkeit. Auch das eine recht einfache Rechnung. Ich kürze es jetzt mal ab. Also für unser Rohprotein haben wir jetzt diese 97 Gramm bezogen auf ein Kilogramm. Wir multiplizieren das jetzt mit dem Wert von 57 Prozent Verdaulichkeit. Das gibt uns also 55 Gramm pro Kilogramm organische Trockensubstanz und das ist dann das verdauliche Eiweiß. Oder verdauliches Protein. Das ist ja vom Begriff her das Gleiche. Wir haben das, die Rohfette, RL. Da haben wir gesehen, wir haben 44 Gramm pro Kilogramm. Die multiplizieren wir jetzt mit dem Faktor 82 Prozent. Das ist also besser verdaulich durch unsere Mikroorganismen. Und halten dann 36 Gramm pro Kilogramm organische Trockensubstanz. Und das ist jetzt verdauliches Fett. Und dann die nächsten beiden Stoffe, also die Rohfaser und die stickstofffreien Extraktstoffe. Das sind jetzt die, gleich dann die Kohlenhydrate, also RF. Da haben wir 196 Gramm pro Kilogramm. Ich multipliziere das mit der Verdaulichkeit von 63 Prozent und erhalten damit 123 Gramm pro Kilogramm organische Trockensubstanz. Das sind jetzt verdauliche Kohlenhydrate und das Gleiche dann für die stickstofffreien Extraktstoffe. Da haben wir gesehen, wir bekommen 663 Gramm pro Kilogramm organische Trockensubstanz. Das multipliziert mit der Verdaulichkeit von 78 Prozent, macht also 517 Gramm pro Kilogramm organische Trockensubstanz. Das ist dann auch dieses verdauliche Kohlenhydrate. Und dann, also das fassen wir dann gleich direkt zusammen. Letzter Schritt ist jetzt die Berechnung der Gas- und Methanausbeute. Das haben wir ja auch vorhin einmal definiert im vierten Schritt. Das heißt, wir nehmen jetzt hier die Mittelwerte. Was ist der Gasertrag pro Kilogramm? Wie viel Liter Biogas bekommen wir? Und dann auch hier den Mittelwert. Wie viel Methan finden wir denn dann in dem Biogas? Der Rest ist dann hauptsächlich Kohlendioxid, weitere Rest- oder Spurengase, aber hauptsächlich ist es dann das Kohlendioxid. Gut, brechen wir das. Also Gas-Ausbeute und natürlich den Methan-Anteil. Für die Eiweiße oder Proteine. Da haben wir gesagt, wir haben 55 Gramm Biogas erzeugt. Oder nicht Biogas, sondern verdauliches Eiweiß. Das multiplizieren wir jetzt mit unserem Faktor von 650 Liter pro Kilogramm. Und erhalten dann daraus 63 Liter Biogas. Und daraus ergibt sich dann eine Menge von 26 Litern Methan bei einem Anteil von 72,5%. Bei den Fetten ähnlich machen wir genauso. Wir haben 36 Gramm Fette, multiplizieren die jetzt mit 1125 Litern pro Kilogramm. Wir erhalten dann hier 40 Liter Biogas und haben dann nochmal weitere 28 Liter Methan. Bei einem Anteil von 70% und im letzten Schritt haben wir noch die Kohlenhydrate. Die fassen wir dann zusammen. Das sind also 123 Gramm plus 517 Gramm. Wir multiplizieren das mit 750 Litern pro Kilogramm und halten darüber nochmal 84 Liter Biogas. Beziehungsweise 252 Liter Methan bei einem Anteil von 52,5%. Das heißt also, wenn wir das mal jetzt hier zusammenfassen, also pro Kilogramm organischer Trockensubstanz entsteht also bei vollständiger Vergierung. Dann müssen wir jetzt einfach die Summe bilden. Wenn wir jetzt hier die Summe bilden, entstehen also 556 Liter Biogas mit einem Methananteil von 55%. Das rechne ich jetzt nicht vor, das kann man jetzt da selber einmal ausrechnen, dass man halt hier die Summen bildet, die Anteile bildet und entsprechend diese Angaben bekommt. Also, das heißt, ich kann jetzt ermitteln, abhängig jetzt von meiner Menge an Substrat, die ich zuführe, die ich zugebe, wie viel Biogas ich bekomme und wie groß mein Methananteil ist. Das ist eigentlich das Entscheidendste. Wie viel Methan, wie viel Prozent Methan in meinem Biogas ist. Das heißt, nutze ich Silomais, bin ich ungefähr, das hängt natürlich noch von den Prozessparametern ab, die wir im Fermenter haben, Temperatur, pH-Wert, weitere Prozessparameter. Dass wir dann durch den Vergärungsprozess im Fermenter 55% Methananteil bei der Vergärung von Silomais bekommen. Das heißt, wir haben jetzt noch ein paar Jahre, das heißt, wir haben jetzt noch ein paar Jahre, das heißt, wir haben jetzt noch ein paar Jahre. Das heißt, wir haben jetzt noch ein paar Jahre, das heißt, wir haben jetzt noch ein paar Jahre, das heißt, wir haben jetzt noch ein paar Jahre.